Die Zinsen sind explodiert. Die Kosten für Finanzierung haben sich innerhalb eines Jahres vervierfacht. Und jeder hat nur auf das vorhersehbare Blutbad am Immobilienmarkt gewartet. Und jetzt haben wir es. Wir haben ein Rekordtief bei Immobilientransaktionen, das wir seit 2010 so nicht mehr gesehen haben. Und natürlich macht sich jetzt Goldgräberstimmung bei den Immobilieninvestoren breit. Denn jeder will den Deal seines Lebens machen. Worauf man jetzt unbedingt achten sollte, wie sich die Immobilienpreise in den nächsten Monaten entwickeln und wie ihr jetzt Deals macht, von denen ihr die letzten Jahre nur träumen konntet, darum wird es in diesem Video gehen. Was ist eigentlich das größte Problem aus den Augen der Investoren da draußen? Das ist der massive Zinsanstieg. Wir haben uns alle die letzten zwölf Jahre an billiges Geld gewöhnt. Das ist wie eine Droge. Wir haben Zinssätze von unter 1% gehabt für 10-jährige Zinsbindungen. Das ist unglaublich. Und auf einmal, innerhalb kürzester Zeit, sechs Monate, hat der Zins sich vervierfacht auf circa 4%. Das macht natürlich was mit den Immobilienpreisen. Und schauen wir uns mal den Chart an, wie das mit der Inflation und dem Zins zusammenhängt. Gehen wir mal zurück bis ins Jahr 2012. Warum? Das war die Aussage damals von Mario Draghi zur Euro-Krise. Whatever it takes. Also der Euro soll nicht auseinanderbrechen und wir schütten ab dem Zeitpunkt alles mit Geld zu. Aber es war trotzdem so, dass wir eine positive, reale Verzinsung hatten. Das bedeutet, der Zins lag jetzt bei 3,59% und die Inflation bei 2%. Das heißt, ich habe mit dem Verleihen von Geld, Geld verdient. Du kannst dir das so vorstellen, wenn ich dir jetzt 100 Euro leihe und du sagst mir, du gibst mir 2% Zinssatz, aber die Inflation ist 4%, dann würde ich ja auch lieber sagen, Mensch, ich gebe das Geld selber aus, weil es wird schneller weniger wert als die Kompensation, den Zins, den ich dafür bekomme. Das macht ja keiner. Komischerweise, wenn wir jetzt mal hier auf den Zeitpunkt 2, 2,21 gehen, sehen wir, dass sich die Kurven, würde ich jetzt mal sagen, also die beiden Graphen durchkreuzen und die Inflation massiv ansteigt, aber der Zinssatz erstmal gleich bleibt. Und das lag daran, dass die EZB lange behauptet hat, dass wir nur einen Inflationsbuckel haben. Bedeutet, die Inflation geht hoch, aber die geht danach sofort wieder runter und geht dann auf das normale Niveau, auf dieses vorherige Niveau. Was wir dann aber sehen ist genau ein kleiner Buckel, ja, aber dann ist die Inflation auf sage und schreibe 10,4% abmarschiert. Und man muss sich das mal vorstellen, was das eigentlich für die Leute da draußen bedeutet, die zum Beispiel Geld auf dem Konto haben. Wir haben einmal 5% und einmal 10% Inflation, das heißt, es ist in 2 Jahren etwa 15% weniger wert. Also wenn du 100.000 am Konto hast, 15.000 Euro weniger Kaufkraft. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Gehalt. Wenn ich 3.000 Euro netto habe und 15% Kaufkraftverlust, dann sind ja auch mal 450 Euro weniger Kaufkraft. Also ich kann mit diesem Gehalt einen Warenkorb nur noch kaufen, der 450 Euro zum vorherigen Niveau weniger wert ist. Und das ist jetzt krass, aber was bedeutet auch diese Linie hier, dieser Bereich? Dass wir eine negative, reale Verzinsung haben. Und ich glaube, das haben viele Investoren auch noch gar nicht begriffen, dass wenn ich mich für 10%ige Inflation für 3,94% verschulde, habe ich eine reale Verzinsung von minus 6%. Und das sind schon verrückte Zeiten. Und dann fragt man sich, warum gab es denn diesen krassen Einbruch bei den Immobilien, bei den Preisen und auch bei den Kreditzusagen? Das schauen wir uns nämlich als nächstes an. Jetzt sehen wir, was für einen massiven Einfluss dieser Zinsanstieg hatte in dieser kurzen Zeit. Nur mal eine Zahl, damit ihr mal seht, um was es geht. Minus 36,4% weniger Kreditzusagen zum Vorjahresquartal. Das bedeutet, jede dritte Finanzierung wurde nicht mehr durchgeführt. Und ich habe noch eine Zahl für dich. Das echte Transaktionsvolumen im Q3 ist um mehr als 50% gesunken. Bedeutet, wir haben den niedrigsten Wert seit 2010 an Immobilientransaktionen. Und jeder, der da draußen glaubt, es tut sich nichts an den Preisen oder es tut sich nichts im Immobilienmarkt, schlichtweg falsch. Da draußen findet gerade ein Blutbad statt. Und die Makler, die schauen, dass sie irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen, weil natürlich auch die Vermarktungsdauern massiv gestiegen sind. Und ein Makler, der verdient da draußen ja nur Geld, wenn er eine Transaktion durchführt, wenn er ein Geschäft erfolgreich vermittelt. Und ich zeige euch nachher und sage euch nachher, worauf es jetzt ankommt, wie ihr diese Situation nutzen könnt. Denn wir wollen uns anschauen, ist das für euch positiv oder negativ. Was sind die Konsequenzen? Ich habe euch das mal gezeigt. Nehmen wir mal an, wir haben hier einen Kaufpreis von 250.000. Und ich sage mal, im Januar haben wir hier in Leipzig eine Immobilie eingekauft, so mit 3,5% Mietrendite. Mietrendite, wir hatten einen Zinssatz von 1,5% und Tilgung, sage ich jetzt mal, 2,5%. Bedeutet, wir hatten eine Rate von 833 Euro in etwa. Und bei einer Mietrendite von 3,5% hatten wir eine Miete von 743 Euro in etwa. Und da sieht man schon, okay, Rate, Mietverhältnis passt an für sich. So, und jetzt hatten wir diesen massiven Zinsanstieg. Und wir haben da einen Zinssatz von 4% und eine Tilgung von 2,5%. Wie ist dann die Rate? Die beträgt 1.354 Euro. Und das muss man sich jetzt mal reinziehen. Wenn wir vorher ein gutes Verhältnis hatten von Rate zur Miete, dann ist das jetzt mit 1.354 Euro weit davon entfernt. Das heißt, ich muss massiv draufzahlen. Und ich denke, das ist auch vielen Investoren da draußen so ergangen. Die haben jetzt sich eine Immobilie angeschaut, haben gedacht, okay, die ist interessant. Und dann haben sie von der Bank dann mal das Angebot gekriegt, haben vielleicht vorher so mit 800 Euro gerechnet und jetzt mit 1.354 Euro. Das macht was. Das ist einfach nicht durchführbar. Und da entsteht natürlich ein großes Fragezeichen. Wenn der Zins jetzt nicht runtergeht, muss was passieren? Muss der Kaufpreis runtergehen. Aber wenn er nicht runtergeht, kann ich das hier nicht machen. Geht einfach nicht. Und wir können uns auch mal die Eigennutzer mal reinziehen, ja? Ein Eigennutzer, der hat ja jetzt nicht 250.000 Kaufpreis, sondern ein Eigennutzer, der hat ja vielleicht 700.000 Euro Kaufpreis. Und was passiert eigentlich mit dem, wenn der jetzt 6,5% Zins und Tilgung hier auf die 700.000 zahlen muss? Leute, der muss 3.791 Euro zahlen, statt damals zu Niedrigzinszeiten 2.333, ja? Weil das war ja noch vorstellbar, dass man sagt, okay, ich habe einen Doppelverdienerhaushalt, ja? Da zahle ich 2.333 Euro Rate. Wir haben insgesamt 5.000 Euro netto, ja, zusammen. Da haben wir noch ein paar Nebenkosten. Da haben wir noch 2.700 Euro übrig. Da können wir noch in Auto fahren, in Urlaub fahren und essen gehen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe nur Rate, 3.791 Euro, dann ist das nicht mehr durchführbar. Und wir haben ja ein eigenes Maklerunternehmen und das sehen wir auch. Wenn wir jetzt damals in der Niedrigzinsphase ein Einfamilienhaus gedroppt haben auf dem Markt. Leute, die sind zu dir nach Hause gefahren, die haben da kampiert vor dem Haus, die wollten das unbedingt haben. Wenn du heute ein Einfamilienhaus droppst auf dem Markt, da passiert erstmal nichts. Deswegen, weil die Leute sich das schlichtweg nicht mehr leisten können. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Gedanken, wir haben eine negative reale Verzinsung. Bedeutet, die Inflation ist höher als der Zinssatz. Das bringt mir als Eigennutzer aber nichts, wenn ich mir schlichtweg die Rate nicht leisten kann. Versteht ihr das? Das ist das Problem. Ich kann mir die Rate nicht leisten. Und so ist es auch vielen Kapitalanlegern gegangen. Und die, ja, die haben ein großes Irrtum. Sie denken, dass sie sich die Rate nicht mehr leisten können, weil sie denken, dass die Preise stabil sind. Weil ja auch in den Portalen die Preise erstmal so aussahen, als wenn sie stabil waren. Aber hinter den Kulissen, da ging die Party so richtig ab. Und die Investoren, die haben auch nochmal einen großen Irrtum, den sie erliegen. Also Irrtum Nummer 1 ist, der Kaufpreis ist dasselbe wie im Januar. Irrtum Nummer 2 ist, ich zahle den Zins voll. Das stimmt nicht. Dann wir dürfen die Zinsen steuerlich absetzen. Bedeutet, wenn ich einen Spitzensteuersatz habe von 42%, kriege ich von jedem Euro, den ich an Zins zahle, 42 Cent zurück. Und wir können jetzt mal den Zinssatz, den ich zahle, hier 1,5 oder 4,0 Prozent, steuerbereinigen. Und dazu rechne ich einfach 1,5 Prozent mal 0,58, also 58 Prozent, weil 58 Prozent muss ich tragen. 42 Prozent kriege ich von der Steuer zurück, wenn man das jetzt mal isoliert betrachtet. Und dann würde ich einen Nachsteuerzins haben von 0,87 Prozent. Und wenn ich einen Zinssatz von 4 Prozent zahle, hätte ich einen Nachsteuerzins von 2,32 Prozent. Ihr müsst immer wissen, Steuern bekommt ihr natürlich erst zurück, wenn ihr die Steuererklärung macht. Das heißt, ihr seid erstmal in der Vorausleistung bis zur Steuererklärung. Und dann werden die Objekte jetzt eher nochmal eine höhere Steuerrückerstattung haben. Wir gucken uns das später nochmal an. Aber die steuerliche Betrachtung ist für euch jetzt enorm wichtig. Und wie hoch ist denn jetzt die Differenz zwischen 0,87 Prozent und 2,32 Prozent? Das sind 1,45 Prozent. Das ist der Wert, der mir wirklich netto an Mehrkosten aus der Hosentasche entsteht. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Banken haben sich wieder darauf eingelassen, dass man weniger tilgt. Weil in der Niedrigzinsphase hatten wir hohe Tilgung. Jetzt kann man zum Teil wieder auf zumindest 1,5 Prozent und bei manchen Banken auch noch auf 1 Prozent runtergehen an Tilgung. Und das ist ja auch okay, weil ich kaufe ja heute für viel weniger ein und habe auch eine viel geringere Restschuld. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich jetzt noch 1 Prozent weniger tilge, minus 1 Prozent weniger Tilgung, es geht ja darum, was passiert bei mir in der Hosentasche? Was passiert liquiditätsseitig? Sehe ich, dass der Anstieg hier nur noch 0,45 Prozent beträgt. Aber was habe ich vergessen? Gemessen an einem Kaufpreis, der auf dem Niveau ist von Januar. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben zum Teil Kaufpreiseinbrüche hier in Leipzig von 30 bis 40 Prozent. Wir haben letzte Woche, Paul und ich zusammen für unsere Fix-and-Flip-Company, Abwehrangebote gemacht für 1.500 Euro auf den Quadratmeter inklusive Makler-Cotage. Und haben gesagt, komm, das wird nichts. Und wir haben beides mal die Zusagen bekommen. Da waren im Januar die Preise zwischen 2.500 und 3.000 auf dem Meter. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Bedeutet, ich habe hier 0,45 Prozent effektiv höhere Kosten, die mir aus der Tasche rausfließen, auf einen Kaufpreis, der mindestens 30 Prozent niedriger ist. Leute, und da möchte ich einfach mal, dass ihr drüber nachdenkt. Und wir schauen uns das auch nochmal detailliert an. Für euch ist das Allerwichtigste, eine perfekte Kalkulation zu machen, damit ihr seht, was passiert nach Steuer. Was passiert bei euch mit der nächsten Steuererklärung? Ich habe mir dazu mal ein klassisches Objekt rausgesucht, was so aus der Niedrigzinsphase ist, also aus dem Januar. Kaufpreis 189.000 für 70 Quadratmeter, bedeutet 2.700 Euro Quadratmeter Kaufpreis bei einer Brutto-Miet-Rendite von 3,81 Prozent. Ich kaufe mir hier also in so einer Buy-and-Hold-Lage an, also setze auf Wertsteigerung und hatte dann Liquidität im Monat minus 111 Euro. Das ist nicht optimal, aber ich kann mir vorstellen, dort diesen Sparbeitrag zu leisten. Und am Ende des Tages hatten wir auch einen großen Posten, Tilgung. Also das war ja quasi der Vermögenszuwachs. Und in dem Zuge war ich quasi Cashflow positiv, aber nicht nach Tilgung. Jetzt schauen wir uns an, was passiert ist. Der Kaufpreis ist gesunken um 30 Prozent. Bedeutet, wir haben hier auch nur noch 132.000 Euro, 300 Euro Kaufpreis. Die Daten haben sich ja erstmal nicht verändert. Ich finanziere hier auch nur 132.300 Euro, ist natürlich klar. Aber zum Zinssatz von 4 Prozent. Wir schauen uns das erstmal an, Leute. Wir sind hier mitten in Leipzig und wir haben wieder eine Brutto-Miet-Rendite von 5,44 Prozent. Das ist zum Teil schon eine Miet-Rendite, die man sonst in zu Niedrigzinszeiten, in Cashflow-Lagen erwartet hat. Und jetzt schauen wir mal hier. Jetzt sieht das aus, minus 182 Euro. Das ist natürlich mehr als vor. Aber ich habe ja schon gesagt, wir haben ja knapp 50.000 Euro weniger Kaufpreis. Das bedeutet, ich kann ja jetzt hier mit einer Tilgung zumindest von 1,5 Prozent rangehen. Und dann sehen wir, ich bin heute sogar besser gestellt. Ich bin fast Cashflow-positiv mit einem niedrigeren Kaufpreis und 1 Prozent weniger Tilgung. Und wenn ihr jetzt smart seid, dann geht ihr hier noch mit einer tilgungsfreien Anlaufzeit ran. Dann seid ihr sogar hier am Anfang Cashflow-positiv und wenn ihr noch smarter seid, geht ihr mit einer Modernisierung ran. Meinetwegen hier 10.000 Euro und die finanziert ihr mit. Und dann seid ihr viel krasser Cashflow-positiv am Anfang und habt hier quasi im ersten Jahr 5.700 Euro zurück und dann 1.517 und das beim Eigenkapitaleinsatz hier von 12.000 Euro. Habt ihr mehr als die Hälfte eures Eigenkapitals nach zwei Jahren zurück. Aber der ursprüngliche Case, wenn ihr jetzt hier einfach nur auf 1,5 Prozent Tilgung geht, seid ihr schon richtig, richtig gut dabei. Wir stellen also folgendes fest bis hierhin. Zinssatz wirkt sich nicht vollumfänglich aus, weil er steuerlich abzugsfähig ist. Und die Kaufpreise haben zumindest in diesen Lagen 30 Prozent und mehr nachgegeben. Das sind für mich zwei krasse Nachrichten. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Inflation eingehen. Denn am Ende des Tages werden die Mieten steigen und wir sehen es hier. Nehmen wir mal an, ihr habt einen indexierten Mietvertrag. Das ist etwas, was ich absolut empfehle in der Neuvermietung. Dann seht ihr mal, was mit den Mieten passiert, wie die hier abgehen. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt eine hohe Inflation haben und dass sie sich natürlich dann irgendwann abschwächt. Das seht ihr auch in den Kreditkonditionen. Denn wenn ihr jetzt eine 10-jährige Zinsbindung abschließt, seht ihr auch, da kriegt ihr bestimmt so 3,8 Prozent. Und die Bank macht ja auch nichts anderes, als dass sie sagt, für die letzten Jahre, wo das wieder runter geht, das subventioniere ich heute hier schon mit einem höheren Zins. Also den niedrigen Zins von später, verrechne ich mit dem höheren Zins von heute und mache einen niedrigeren Durchschnittszins. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was das auch im Umkehrschluss heißt. Wenn jetzt der Kapitalmarkt erwartet, die Banken erwarten, dass die Inflation runter geht und dass die Zinssätze wieder runter gehen. Was passiert denn jetzt mit den Kaufpreisen? Und das ist auch meine Botschaft an dich. Ich habe keine Lust, dass du jetzt dieses krasse Ereignis, diese Übertreibung verpasst und immer zu hohen Preisen einkaufst, zwar mit niedrigen Zinsen, aber dann im Verkauf halt nicht die Kohle machst, weil darum geht es. Es ist doch Latte, wenn du jetzt 50 Euro mehr drauf zahlst, aber dir hinten 50, 60, 70.000 Euro mehr Kaufpreis holst, steuerfrei. Da ist doch die Musik. Und da geht es doch um antizyklisches Handeln. Jetzt, wo alle Angst haben, wo die Preise fallen, da musst du zugreifen, nicht andersherum. Und wir haben gesehen, es kostet dich monatlich gar nicht so viel. Und wenn du es sogar schaffst, in leere Wohnungen zu kaufen und einen Mietvertrag zu indexieren, zieh dir das doch mal rein, was dann auf dich wartet. Dann hast du heute, wenn du mit 500 Euro Kaltmiete startest, später 753,80 Euro. Und eins bleibt doch hier immer gleich in dieser Ergleichung. Das ist die Rate. Die Rate bleibt immer gleich, aber alles andere verändert sich. Zum Beispiel auch die Rate in heutiger Kaufkraft. Denn die 600 Euro Rate sind bei 5,4% Inflation auch nur noch 567 Euro in heutiger Kaufkraft wert. Und wir sehen es doch, dass die ersten Gewerkschaften krasse Lohnforderungen haben. Bedeutet, die Leute haben mehr Kohle, um höhere Mieten zu zahlen. Und die Rate in heutiger Kaufkraft sinkt ja auch. Und wir schauen uns das mal an. Eine Rate in Höhe von 600 Euro ist 2030, gemessen in heutiger Kaufkraft, dann nur noch 388,50 wert, Leute. Das ist doch heftig. Und das Gleiche gilt ja auch für die Schulden. Und das ist sowas Imaginäres. Nehmen wir mal an, ich habe 100.000 Euro Schulden hier aufgenommen. Dann würde ich ja durch die Inflation von 5,4% würden mir eigentlich 5.400 Euro gutgeschrieben werden. Und ganz ehrlich, jeder würde sich massiv da draußen verschulden, wenn dieses Geld wirklich fließt. Aber es fließt nur imaginär, nur auf dem Papier, nicht in Wirklichkeit. Aber wenn wir uns mal die Werte anschauen, und deswegen habe ich auch absolute Werte genommen, das ist krass, wenn sich der Kredit um 10,3% entwertet. Das sind 10.000 Euro gemessen auf einen Kredit von 100.000 Euro. Und insgesamt über knapp 10 Jahre würde es bedeuten, dass die Hälfte des Kredites einfach durch diesen Kaufkraftverlust entwertet wird. Und das finde ich heftig. Und das ist der dritte Punkt, der total wichtig ist. Die Inflation ist zwar für den Zinsanstieg verantwortlich, ist aber für uns hinten raus. Die Sachwerte kaufen, die in Immobilien drin sind, extremst positiv. Ich möchte dieses Video nochmal zusammenfassen. Ganz wichtig, holt euch jetzt das Excel-Tool. Es ist kostenlos und ihr könnt damit eine umfangreiche und vor allen Dingen schnelle Kalkulation durchführen. Tragt euch hier einfach ein und dann kriegt ihr kostenlos das Excel-Tool und macht eine Kalkulation. Weil jetzt geht es nicht ohne Kalkulation. Nur mal zu gucken, Pi mal Daumen, passt das oder passt das nicht, kann komplett in die Irre führen. Und dann schaut nicht nur auf die Rendite, sondern holt euch auch den Spotlocator. Das ist eine Zusammenarbeit mit Empirica zusammen. Da könnt ihr eine umfangreiche Standortanalyse machen, die wichtiger denn je ist. Weil schaut euch das mal an, ich habe jetzt einfach nur mal mir ein Reporting rausgezogen. Und da versteht ihr dann, okay, wie ticken wir einfach. Und das ist jetzt zum Beispiel für Leipzig. Und dann seht ihr, in Leipzig sinkt zum Beispiel die Arbeitslosenquote. Das ist für mich ganz wichtig. Denn es gibt fundamentale Themen, die einfach dafür sprechen, dass die Kaufpreise weiter steigen. Und das ist die Arbeitslosenquote. Denn wenn die Arbeitslosenquote fällt, kamen die Menschen bessere Chancen auf den Arbeitsmarkt und haben auch Chancen, höhere Löhne zu bekommen. Und wenn sie höhere Löhne haben, können sie sich höhere Mieten leisten. Und die Mieten fallen auch nicht aus. Das ist eine ganz wichtige Zahl. Dann die fertiggestellten Neubauten. Weil es herrscht da draußen Angebot und Nachfrage. Umso mehr Neubau da draußen gemacht wird, umso größer ist das Angebot, umso eher die Chance, dass die Mieten fallen und dass mein Bestand weniger wert ist. Was sehen wir aber hier? Der Neubau ist 2021 zurückgegangen und 2020, 2022 werden wir einen noch krasseren Rückgang sehen. Denn die Neubaupreise sind nicht mehr kalkulierbar und hohe Zinsen sind natürlich Gift für Neubau, weil dort die Preise besonders hoch sind. Und das ist für die Leute, die in den Bestand investieren, extrem wertvoll. Dann seht ihr, die Leerstandsquote geht runter. Das spricht auch für höhere Preise. Und am Ende des Tages sind das halt alles Faktoren, die dafür sprechen, dass die Preise steigen. Und es gibt nur einen Faktor, der dagegen spricht, dass die Preise steigen. Das sind die Zinsen, die gestiegen sind. Aber wir haben auch schon gesehen, dass der Markt, die Banken, der Kapitalmarkt damit rechnet, dass der Zins wieder runter geht. Und die Frage ist dann, was passiert mit den Preisen, wenn die Arbeitslosenquote runter geht, wenn die Bevölkerung wächst, wenn die Einkommen wachsen, wenn der Neubau zurückgeht. Das sind alles Themen, das müsst ihr jetzt im Kopf haben. Wir müssen natürlich eine krasse Analyse machen. Zum Schluss nochmal meinen Ruf in Richtung Fix & Flip. Leute, ihr seht hier auch eine wichtige Zahl, könnt ihr euch auch aus dem Spotlokator ziehen, ganz easy. Anteil Mieter am Einkommen. Und da seht ihr natürlich durch den gestiegenen Zins ist die Annuität, also was die Kreditrate ausmacht am Einkommen, extrem gestiegen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, okay, ich kaufe günstig ein Einfamilienhaus ein, mach das hübsch, werte das auf. Ganz klar, ich hole einen Mehrwert da raus. Aber wenn am Ende des Tages die Raten um 20, 30 Prozent ins Unerträgliche steigen, dann ist es scheißegal, wie das aussieht. Deswegen auch nochmal mein Appell. Seid vorsichtig bei Fix & Flip, was das Thema Eigennutzer betrifft. Schaut da genau hin, ist da genug Luft, können sie Leute sich das wirklich noch leisten, auch wenn es hübscher aussieht. In dem Sinne, nutzt jetzt die Chance. Seid jetzt nicht so blöd und kauft später für hohe Preise ein und verkauft dann zu niedrigen Preisen, sondern nutzt jetzt diese einmalige Chance. Greift zu, wir denken, wir haben noch ein Zeitfenster von 5, 6 Monaten, aber seid smart. Das heißt, schaut wirklich, wie sind die echten Preise. Sprecht mit den Maklern, findet das heraus, wie hoch der Abschlag ist. Es ist 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Prozent und macht richtig, richtig gute Deals da draußen. Das wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video.